Ich habe erst meine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht, noch zwei Jahre arbeiten gegangen und dann meine Weiterbildung gemacht. Und was werden Sie jetzt demnächst? Oder sind Sie schon jetzt deswegen? Hat sich das schon ausgezahlt? Das hat sich schon ausgezahlt. Ich bin jetzt Teamleiter. Oh, wie viele Leute? In meinem Team sind momentan zehn Leute. Bis zum nächsten Mal.